Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, wie man mir sicher noch anhört, das ist jetzt die erste Aufnahme, nachdem ich die dicke, fette Grippe von meiner Tochter erhalten habe. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Ich versuche auf jeden Fall eine ganze Aufnahme durchzuhalten. Ich habe mir ein Halsschmerzbonbon in den Mund gesteckt. Also, falls ich ein bisschen undeutlich rede, tut es mir wirklich leid. Aber wenn ich das nicht mache, dann gehe ich davon aus, dass ich tatsächlich ganz viele Hustenanfälle bekomme. Teddy, kannst du das da oben umlegen? Achso, ich muss ihm das noch sagen. So, Teddy, mach mal. Okay. Oh, 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 oh. Nein, das finde ich nicht gut. Nein, da komme ich nicht rum. Wie war das mit dem Laufen? Das war mit X, oder? Oh. Leute, nein! Nein, ich bin tot. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ah. Das ist nicht gut. Vor allem, wenn es direkt startet. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin hier überhaupt nicht mehr darauf eingestellt. Ich kenne die ganzen Tasten und alles überhaupt gar nicht mehr. Und dann geht das hier so los. Och, jetzt. Das ist doch nicht wahr. Komm. Wieso kriegt er das nicht hin, einfach gerade da drauf zu springen und sich festzuhalten? Aber ich sage am besten schon gar nichts mehr. Wenn ich jetzt anfange, hier rumzuschreien, dann versteht ihr mich gleich gar nicht mehr. Dann ist meine Stimme komplett im Eimer. Und er hält sich wieder nicht fest. Ey, es ist nicht normal. Lauf jetzt aber richtig. Junge, bleib nicht immer überall hängen. Lauf. Dieser schleimige Glibber will dich umbringen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. Bitte, 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 bitte. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Darunter. Ich weiß nicht mehr, wie man sich duckt. Scheiße. Ah. Lauf. Weiter, 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 weiter. Oh, wo ist der Glibber? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Äh. Ah. Ich glaube, ich bin falsch. Hätte vorne oben gemusst, oder? Oh, wenigstens muss ich jetzt nicht wieder ganz von vorne anfangen. Ich würde hier sowas von die Krise kriegen. Äh. Da war das. So. Ach. Teddy ist übrigens oben, sehe ich gerade. Ha. Hi, Teddy. Hättest du mir auch sagen können, wo ich langlaufen muss? Oh. Oh. Oh mein Gott. Bring die Schaufel mir irgendwas? Ne, ne? Oh, oh, oh. Halt dich doch fest. Ist das dein Ernst? Jetzt kann er hier durchsliden, ja? Okay. Springen. Oh, da kommt das Vieh schon. Achso, das ist das Zeug. Nein, lauf. Oh. Lauf, 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 lauf. Oh. Oh. Sag mir doch einer, dass ich A drücken muss. Das war so schnell wieder weg. Da habe ich gedacht, okay, brauche ich nicht. Ei, ei, ei. Oh. Hm. Da ist eine Spinne drin. Oh. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ähm. Teddy, wo bist denn du? Ach, da oben ist auch eine Spinne. Oh. Ich will hier raus. Ich will hier raus, Teddy. Teddy, sag mir doch, was ich tun soll. Ja, komm. Komm. Ich denke, das ist richtig. Äh. Oh, oh. Ich werde jetzt so sterben, oder? Teddy, versuch es einfach mal. Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Hallo, Teddy? Achso, weil der noch festhält. Oder wie? Nee, jetzt kann ich. Ja, das war so klar. Das war so klar. Ja. Das war so klar. Wie komme ich denn da rauf? Ja, ich weiß. Du willst mich anspucken. Warte mal. Da oben links ist doch noch irgendwas. Da muss ich doch... Da leuchtet auf jeden Fall was. Das brauche ich bestimmt. Teddy, kannst du nicht... Kannst du mich nicht nach da oben bringen, irgendwie? Hm. Okay, da sterbe ich. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht wieder da ran. Aber warum kann Teddy mir nicht einfach helfen? Ja, geht die Mitte hoch. Aber ich komme doch hier nicht hoch. Das Problem ist... Da geht die Mitte hoch. Moment. Naja, die wechseln sich ab. Die Frage ist, muss ich dann laufen? Das kann natürlich auch sein. Dass es daran liegt. Oh, Teddy. Teddy, tu mir das nicht an. Na. Teddy, du bist ein Arsch. Ganz ehrlich. Teddy hat mich ermordet. Teddy ist böse. Okay. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Teddy nicht nach hinten ran kann. Also, ich denke mal, dass wir das wohl in einer gewissen Reihenfolge hochheben müssen. Das hat jetzt beide hochgehoben. Das hat die jetzt getauscht. Das hat die ersten beiden hochgehoben. Sag mir jetzt bitte, dass das dritte jetzt als nächstes hochgehoben wird. Nein, natürlich nicht. Sobald ich hier drunter stehe, knallen die alle rund. Okay, wir geben nicht auf, Teddy. Auch wenn du nicht der cleverste bist, wir machen das jetzt. So, da gehen beide hoch. Das sehe ich richtig, ja. Und wenn er den jetzt nochmal drückt, gehen beide runter. Hier gehen beide hoch. Ja, aber wenn ich jetzt das linke mache... Nee, dann geht aber das eine wieder runter, ne? Genau. Das heißt, dass ich jetzt total verwirrt bin. Das heißt, dass Teddy jetzt theoretisch... Da mit den einen hoch... Ja, aber der andere ist zu schnell unten. Da kann ich nicht durchlaufen. Nicht mal mit Sliden. Das mit der Spinne finde ich irgendwie auch ein bisschen komisch. Wahrscheinlich spuckt die mich an, wenn ich hier vorbei will, ne? Ach, dann kommt Teddy nach hier. Teddy, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich. Aber der macht da hinten nichts. Hm. Also, das funktioniert nicht. Ich denke aber, dass das trotzdem irgendwas mit der Spinne hier auf sich hat. Weil die hier so am Zittern ist, dass wir die vielleicht mit dem Licht da oben da reinjagen müssen. Das habe ich schon am Anfang gedacht, aber... Wie mache ich das? Obwohl, Moment. Wenn ich da nicht hochspringen kann... Was passiert denn? Oh, 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 ja. Das können wir bewegen. Dann würde ich fast sagen... Moment. Moment. Ähm. Wenn ich das... Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Keine Ahnung. Doch, die kommt mir hinterher. Ah, ist das geil. Also geil ist das nicht, aber... Ähm. Ja, noch ein Stück. Teddy, mach hin. Ich hoffe, ich stehe unter dem richtigen. Nein, natürlich nicht. Ich stehe unter dem falschen. Was wäre denn, wenn ich da am Hocken wäre? Dann müsste das aber funktionieren, oder? Teddy, mach nur mal hoch. Wir probieren das nochmal. Wenn ich da einfach hockend auf die warte. Aber ich meine da oben, das Licht müsste doch auch irgendwas damit zu tun haben. Ich hatte nämlich jetzt gedacht, dass ich damit die Spinne holen kann, aber... So, jetzt warte ich hier. So. Teddy, das wäre jetzt gut, wenn du jetzt langsam rübergehst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Teddy, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Was ist das jetzt hier? Da können wir gar nichts machen, oder? Sieht nicht so aus. Oha, das riecht nach Rätsel. Ähm, gut. Was können wir hier mitmachen? Das können wir nach oben schieben und Teddy einschließen? Okay. Ah, Teddy blockiert das? Okay. Wir können jetzt aber einfach hier so durchlaufen, ne? Wir werden nicht wegge... Ah, Moment. Rechts ist ein Spinnwebennetz. Ach, das hatten wir doch schon mal. Spinnweben und... Scheiße. Kann man das rausziehen hier? Ne. Das anscheinend auch nicht. Wofür ist denn der Hebel hier? Ah. Okay. Okay. Also das würde quasi... Ja, ich weiß nicht, warum ich es nicht festhalten darf, oder... Nö, der lässt es immer automatisch los. Da müsste ich quasi rüberspringen. Ähm... Da oben ist eine Kiste. Die müssen wir wahrscheinlich unten hinstellen, wo Teddy gerade ist. Moment. Kann es sein? Teddy, komm doch mal mit. Teddy, lass das Ei in Ruhe. Komm doch mal mit nach hier. Du musst mir helfen. Genau. Ähm... Die Frage ist jetzt nur... Okay, Teddy ist einfach doof. Ja, und mein Controller macht sich wieder selbstständig und ich sterbe jetzt hier in der Fledermaushöhle, oder was? Teddy ist einfach doof, weil Teddy möchte nicht dort stehen bleiben. Teddy, stell dich mal da dran. Jetzt wird er auch noch zurückgebackt hier. Komm. Nee. Ach, Mann. Lass doch mal den Teddy in Ruhe und schieb das Ding mal da dran. Hallo. Ist das denn so schwer? Teddy, komm. So. Okay, jetzt lass los, Teddy. So ist gut. Nicht richtig gut, aber ich hoffe. Ähm... So, Teddy, du gehst dahin. In der Hoffnung, dass der das festhält. Okay, er hält es fest. Gut. Okay, perfekt. Ähm... Das schieben wir mal runter. Oh, jetzt mach schon. Okay. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur noch... Ach so, da. Ähm... Laufen kann ich damit nicht? Doch. Ich wollte gerade sagen, ich konnte doch sonst immer damit laufen. Wie war das nochmal? So, genau. Mit der Taste. Zack. Und weiter geht's, Teddy. Komm. Geht mir aus dem Weg. Teddy, komm mit. Ich hoffe, die... Fressen den jetzt nicht. Ah, Teddy ist da. Sehr schön. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass hier ein neuer Abschnitt beginnt, dann hätte ich natürlich den Cut ganz anders gemacht. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich ihn auch ganz anders gemacht, muss ich dazu sagen. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier dann erst nochmal einen kleinen Cut machen und dass wir diesen Abschnitt dann in einen neuen Abschnitt reinnehmen, sprich in eine neue Folge reinnehmen und sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.